Der Wagen Dabei hat sich die Kamera immer wieder gelöst, sie musste gerichtet und festgezogen werden, war alles nicht ganz einfach. Nun ja, wie ihr seht, hat auch die Videostabilisierung des Bearbeitungsprogramms nicht ganz geholfen. Aber das Auto, also im Endeffekt der Ford F-150S VT Raptor von Carrera, um das nochmal zu sagen, schafft wirklich auch unwegsames Gelände. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020